Da freut sie sich. So, heute rum. Ernstlich chill. Ihr legt mich hin. Diejenigen, die ein bisschen Stabilität haben, legen quasi die Hände um und vor. Das macht sich meistens relativ gut. Versucht, dass er nicht zu sehr ins Vögelkreuz geht. Meins ist ohne unter Spannung. Das habe ich sehr weit. Soll habe ich relativ klappen. Und dann hebt er einfach die Beine an. Kurz berühren. Und wieder hoch. Reicht nur bis zum rechten Dinkel. Genügt völlig. Und das macht er sozusagen. Bis er sagt, es geht nicht mehr. Es brennt so schlimm, dass ich es nicht mehr durchziehen kann. Und dann macht er nach Hause, wenn es zu weit ist. 30 Sekunden. Und dann macht er wieder. Bis er sagt, es ist so schlimm vom Brennen her, dass es nicht mehr geht. Und dann macht er wieder nach Hause. 30 Sekunden. Und dann fängt er wieder auf den Form an. Dann können wir auch so 10 Serien durchziehen. Für die Craigs vielleicht sogar 20. Okay. Schmutzfrei. Bis gleich. 1 1 2 3 1 3 3 4